Hallo liebe FCK-Fans, hier ist Herr Manni Neu-Torben. Wir haben hier ein paar Artikel, die ihr erwerben könnt. Zuerst meine Mütze, die ich auf habe, dann das Handtuch hier, was ich präsentiere. Ja, ich habe auch zwei Sachen zu verlosen. Einmal den FCK-Teppich, einmal den Würfelbecher und natürlich mit roten FCK-Würfeln. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und frohes Fest. Viel Glück beim Gewinnspiel.